So, warte mal, kurz Geld einsammeln, äh, einzahlen und dann rufe ich den Kapitano an und hör mal, dass du mich auch trägst. Ich bin direkt bei meiner Firma um die Ecke. Ich bin direkt bei meiner Firma um die Ecke. Gut. Ah, Alter, was soll ich jetzt gerade passieren, Alter? Oh, Alter, du bringst doch, was ist da im Kopf passiert? Oh, Alter, Karl. Kapitano. Ich bin direkt bei der Schreckstraßen weiter. Well, if you're after something to keep from twiddling you a well manicured thumbs, you're in luck. Sending a man. Das ist doch nicht okay, also. So, ich könnte dich nicht anhören, ich einmal und dann kommt einfach die Rakete und bumm. Hier brennt was. Hier brennt öfters mal was. Da ahn, du. Was hast du jetzt gesagt? So, nächste Mission, komm. Boah, voyage heißt sie. Haftlich kriegen wir sogar so komplett noch hin. Nachdem, aber wie lange wieder. Ich brenne. This girl is on fire. Ja, das passt. This girl is on fire, das passt gut. Wenn du mir sagst, wenn ihr kommt, dann... Halt, Halt, wir nehmen uns raus, ne? Was? Die Einladungen sind raus. Enrico, wir sollten dir sagen, wenn wir kommen. Das ist ja eklig. Nee, meine Freundin. Dieser Job ist nicht mehr verfügbar. Doch. Ah, jetzt. Null. Oh, diese scheiß Videos auf Facebook mit dieser dummen Polizeigewalt. So, gut. Dann starten wir mal die Mission. Nein, ich hab nicht eingekauft. Oh. Scheiße, ich hätte auf Frage warten können. Ja, stimmt. Wenn ich jetzt sterbe, bist du schuld. Dann pass auf, dass du nicht stirbst. Geht auf sein Konto. Nö. Nö. Putin ist schuld. Nein, nix gegen Putin. Pass auf, der guckt die Let's Plays und dann... Guck mal, da besteigen sie zwar Helios. Melde ihn, melde ihn. Ja, guck mal. Oh! Die kriegen gerade ziemlich Ärger, Leute. Ja. Alter, es geht bei euch. Ich bin dabei. Gerade ist... ...schüttet ohne Ende und sie steht da ein Kleid. Zwei tot, drei tot, vier tot, und die tot. Worauf schießen wir eigentlich? Fuck, kennt ihr jetzt? In your asshole. Was war das für ein geiler Start gerade? Könnt ihr mir das so sagen? Ja, war voll überraschend. Wir sagen doch sowieso ein Aufpassen, was passiert? Ich sterb direkt. Mitten in die Fresse war das. Das war ich selber. Ich wollte das Boot hochjagen und... ...da ist meine Rakete dann doch gegen meine eigene Yacht geprallt. Scheiße. Da hinten sind wir noch gegen Hockey. Viel Spaß. Ich musste gucken. Das sagt er immer zu Yvonne und mir auch. Hör doch mal. Rettet meine Yacht, Leute. Rettet meine Yacht. Deshalb nicht davon. Du darfst sie betreten. Verlockendes Angebot. Hat er hier so irgendwo schlusses Zügel. Nein! War zu weit. Naja. Pass auf, Heli bei euch. Baby, hinter dir ist ein Heli. Der stürzt ab. Mit den Piloten. Sehr gut. Irgendwo da unten ist noch ein Gegner. Ja, der steht unten auf der Seite da. Wieso verliere ich Leben im Wasser? Was ist das? Ein Hai. Es gibt dickes Wasser. Da unten steht wahrscheinlich noch ein Gegner oder so. Entweder Hai oder hier wegen der Elektrizität. Nein, es gibt keine Hai. Nicht im Online-Modus. Sicher wegen der Elektrizität. Es gibt ja, gibt es im Offline-Modus gibt es den. Also in der Mitte ist. Pass auf, da oben stehen nur Minimum noch zwei Leute. Über dir, Baby. Ich habe genau noch zwei Leute. Da muss ja noch einer stehen. Da muss aber irgendwo noch ein Heli stehen. Schön. Ja, genau. Überall Baby ist der. Über dir. Wie ist doch nichts. Ach, da. Loll. Jetzt sehe ich den auch da. Verrenkung. Ah, Alter. Ich komme um die Ecke und du siehst mit einer Rakete hier. Hey, es sind immer noch welche. Ich sehe aber keine auf der Karte. Oh, dort, Fenster. Das sind noch Boote. Jetzt. Was? Da kommt noch welche. Dorten gibt es eigentlich auch wo. Wie sicher. Das. Lebe und Panzerung sind sehr gut. Jetzt müssen Minimum noch zwei, also ein paar noch hinten stehen. Und vorne auch noch. Wie sind denn das? Da kommt wieder ein Heli. Pass auf, Baby. Hinter dir. Finde ich immer gut bei Baby. Da kommen welche abgeseilt. Da seid ihr auch auf. Hinter ihr Baby kommen welche abgeseilt. Das hat schon ein bisschen was von Überlebenskampf hier. Ja. Irgendwie schon. Irgendwie. Aber ich weiß nicht, was sie wollen. Warum so ausgerechnet wie viele das jetzt noch sind. Ich habe keine Kugeln mehr. Also keine Raketen mehr. Du musst die auch nicht runterschießen, die Helikopter. Das sind nur Leute, die sich abzeilen. Der hat keine Waffen. Das ist ein Überwachungshelikopter. Das siehst du vorne schon in der Kamera. Achte lieber drauf, dass du jetzt nicht stirbst da. Ja, wie gesagt, wenn jetzt einer stirbt, wenn das Baby... Oder wer stirbt, ist der halt alleine. Oh, hei, Worte, Silber, das geht ja ab, ey. Ha! Baby ist alleine. Das könnte ich doch nicht machen. Siehst du doch. Ich hoffe, dass das jetzt vorne nur noch die zwei sind. Die holen wir doch noch mit. Ha! Hinten ist auch mit dem meiner. Zwei. Hinten. Schön. Aber wie viel sind das denn noch? Oha, Mutti. Mutti. Gerade übelstes Gewinn, da sieben Ballerinas und kurzem Kleid. Juhu. Fühlig. Da unten ist doch noch ein Boot, glaube ich. Ja. Also da rechts steht auf jeden Fall noch einer. Genau, links steht noch einer und da müssen wir noch ein Boot rumtreiben. Das kann aber auch sein, dass das einfach von den Kleid ist. Warte auf, der kommt links. Links, links, links. Alter, du schießt jetzt auf links. Auf dich. Was? Hinter dir. Hinter dir. Genau. Hier, dir. man sieht auch nicht wie viel das sein könnten noch was das jetzt noch ein bodem wasser wahrscheinlich keine ahnung ich will ja nicht ich kein druck machen baby aber sieht alles an dir da hängt was ich wollte von einem schützenden boot getötet ich habe mich selbst getötet von raketen rausschießen und habe ich da selbst umkriegt da so ein boot noch mehr geklappt auch gott im slasen ok ich will ein heli genau das gleiche ist mir passiert genau der gleiche miss es mir passiert ja die will ich doch sein haben also ich habe noch ungefähr zwölf minuten ja die machen wir noch die mission ja ich weiß auch nicht was los ist das ist extrem viele ich weiß nicht wie wir das sollen sollen aber das ist die finale mission ist habe ich jetzt meine raketen wird ne scheiße es gibt keine raketen oder sowas raketen das ist die ganze die 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 ich glaube ihr habt ein checkpoint dazwischen erwischt weil wir sind an einer anderen stelle jetzt und weil es kam auch wieder das licht wieder an er steht immer fest sind wir normalerweise stehst du da machst du das ja normalerweise ich kann gar nicht mehr beschäftigt also diese vibrationen sollte vielleicht der controller mal von einer gewissen stelle ich schalte die übrigen gegner aus also es kommt ihr könnt sein dass es jetzt die letzten teile sind ich frage ist wo sind die wo sind die gegner aber ich vermute dass immer noch ein boot oder so nehmen uns treibt was jetzt gerade nicht auf dem schirm haben ich sehe kein boot doch da jetzt noch gegnern ach da da war wirklich doch ein boot das war das jahr war tatsächlich doch ein checkpoint am ende es wäre nicht mehr viel gegner gewesen aber okay wie gesagt alles gut baby jetzt gut gemacht hat den nena schon noch gerettet so das wird noch eingehe eine mission für den typen wunderschön so ich mache mal kurz eben hat muss man kurz was abklärt habe ich ja einfach die eine mission nach marken ansonsten melde ich mich gleich auf jeden fall noch mal wie es weiter geht allerdings hat er keine zeit mehr da hat das auch keine zeit du bist jetzt raus ne ja dann machen wir wirklich einen cut dann machen wir das in der nächsten folge das noch und dann gucken wir mal wenn wir dann wirklich die leute komplett haben dann sind wir nächste woche nämlich zu sechs dann kann man nämlich weitermachen kann man nämlich also ich weiß nicht wie weit der weltuntergang das heißt ob du dir zu viert ist die heißen alle nur vier ja wenn man dann wirklich sechsten machen wir dann tatsächlich mit den schlitzer missionen würde ich sagen weiter oder irgendwelche modi mal ausprobieren genau wo wir dann wirklich ein paar mit schlitzer modi sind wir schon zu sechs das wäre super das macht halt auch ordentlich spaß dann hast du einen schlitzer und fünf kicker oder so aber wie lieber sein ja wir sehen uns dann wieder und bis dann